Aufregende Neuigkeiten für alle Milli Vanilli Fans. Doch leider müssen wir heute eine traurige Nachricht überbringen. Der legendäre Musikproduzent Frank Farian, bekannt für Hits mit Boni M und La Buche, ist von uns gegangen. Seine Musik hat Generationen geprägt, von Daddy Cool bis Be My Lover. Matthias Schwerfer-Erdan im Film Girl You Know It's True. Doch nun trauert seine Familie um einen schweren Verlust. Frank ist im Alter von 82 Jahren friedlich in seinem Apartment in Miami eingeschlafen. Die Magic City, seine geliebte Wahlheimat. 2022 hatte Frank eine lebensnotwendige Operation, bei der ihm eine Schweineherzklappe eingesetzt wurde. In einem bewegenden Interview erzählte der Hit-Produzent, ohne die neue Herzklappe wäre ich womöglich gestorben. Sie hat mir das Leben gerettet. Lassen wir gemeinsam die Musiklegende Frank Farian in unseren Herzen weiterleben und erinnern uns an die unvergesslichen Melodien, die er geschaffen hat. Ruhe in Frieden, Frank